Herzlich Willkommen auf Pong.blog und ja heute gibt es ein kleines Video auf meinem Desktop und ich habe mein Desktop vor zwei Tagen ein bisschen umgestaltet und ich wollte euch den einfach mal zeigen und vielleicht für die Leute die es interessiert dass sie sich auch so ein Desktop machen können und zwar ich habe hier ein Programm runtergeladen und mit diesem Programm sind mehrere Funktionen nötig möglich und wie man das Programm installiert das zeige ich euch dann aber jetzt wollte ich euch erst mal zeigen was man jetzt alles machen kann also man hat hier einmal so eine fette große Uhr in der Mitte die man auch bewegen kann ich habe es jetzt hier eingefroren dass ich da auch schön fest bleibt ich habe hier einmal eine Anzeige wie warm es ist draußen und wie das Wetter ist so so bisschen wolkig genau dann habe ich hier rechts was da kann ich den PC runter fahren und ähnliches dann kann ich hier ein Bild einfügen da steht hier mein Name dran dann haben wir hier aber den Browser den ich öffnen kann dann Musik zeige ich euch gleich dann du Epic Shit das ist mein YouTube Ordner dann Games das ist der Games Ordner da sind meine Games drin die unten hier unten der Tusken Liste sind die habe ich auch ein bisschen umgestaltet und ja bei Musik da habe ich den Link so gemacht dass Spotify kommt und genau hier ist genauso Computer Documents Download Settings komme ich überall dahin wo ich hin möchte und jetzt wollte ich euch noch was zeigen ist es sich vielleicht aufgefallen hier sind so ganz kleine punkte und es ist für die Musik und was passiert wenn ich da jetzt auf Play drückt das hört jetzt also ihr seht schon das ist einfach so ein Soundbar also wenn da Musik kommt dann gehen die Wände so rauf und runter und das ist eigentlich alles relativ cool ich habe auch noch so ein selbstgemachtes Hintergrundbild von mir so voll ego like genau dann habe ich hier mein Spielordner so ein Mario Ding auch genau das wollte ich auch noch kurz zeigen wenn jeder an unsorten habe ich jetzt was ganz ganz cooles genommen und ja generell finde ich mein desktop ist relativ cool geworden und ja wie man das ganze installiert zeige ich euch jetzt also zuerst müsst ihr erstmal auf die Seite Rainmeter gehen so heißt das Programm nämlich das ist ein gratis Programm für den Computer also kostenlos ihr könnt euch herunterladen ich habe die Version hier die 4.0 beta release gut dann ladet ihr euch das erstmal runter Link ist dazu in der Beschreibung dann könnt ihr das starten ich habe das hier rein gemacht ich kann das Programm kurz beenden Moment so beenden jetzt das Programm beendet jetzt sieht das alles relativ leer aus dann klicke ich hier mal drauf und dann startet das automatisch das ist hier unten auch und das kann man hier öffnen und das ist das Programm also das Programm hat ich weiß nicht ob das irgendein Standard Ding hat aber ich glaube das hat erstmal nichts also ihr habt das und dann müsst ihr euch erstmal hier was installieren und zwar diese verschiedenen Sachen ich habe nämlich auch zwei verschiedene des desktops kann man glaube ich sagen die seht ihr bei Themes habe ich einmal dieses Monsuit das ist das hier und dieses Backup 2 kann ich schnell laden so sieht das aus das ist ein bisschen ähm anders habe ja auch diese diese Musikbar hier so kleine Symbole und hier noch eine Uhr das wollte ich nur mal kurz gezeigt haben da kann man sich dann alles bunt zusammenstellen aber wir machen jetzt erstmal das hier und was ihr wissen müsst das diese Uhr und das da das ist alles ein Programm ähm und da müsst ihr einfach wieder hier rein gehen ins Internet oh mein Gott ich glaube nicht dass ich das gerade gesagt habe ähm dann geht ihr auf Docs ne auf Discover und da gibt es verschiedene Sachen und dann geht ihr am besten auf DevonArt ich glaube ich tue den Link von DevonArt auch in die Beschreibung und ich glaube ich tue dann einfach mal das Ding verlinken diesen schönen Skin dann geht ihr auf Skins da werdet ihr sehen da gibt es verschiedene Skins haben wir einmal hier Faith von von und oh äh ja hat sich Färbung auch gemacht wir haben Wiesel Chunk was das weiß ich ja nicht genau kann ich euch nicht sagen genau und hier ist meins dieses Monsuit und ihr seht ihr so sieht es aus dann ähm ihr kriegt diese Uhr diese Taskleiste sind eigentlich normalerweise mehr Sachen ich habe ein paar rausgelöscht also ihr könnt es dann auch ein bisschen umschreiben das ist gar nicht mal so ähm schwer das könnt ihr auch im Internet nachschauen wie man das umschreibt und es gibt wirklich viele verschiedene Sachen ähm für euren PC hier die ist ein Circle Launcher den ich ja dann auch in einer gewissen Weise habe ähm beziehungsweise der hier sieht sogar noch ein bisschen cooler aus finde ich ähm 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 genau es gibt ewig viele Sachen die man sich hier downloaden kann wie man seinen Desktop ein bisschen aufpimpen kann hier gibt es auch noch mal ein paar verschiedene Icons für den PC das ist auch noch mal was eigentlich echt cool ist sowas finde ich jetzt hier seht ihr alle es gibt ewig viel Zeug was man sich hier downloaden kann auf der Seite also generell aber auch für Rain Meter und ja Schleichwerbung ähm und ja okay ähm ich wollte sagen okay also dann habt ihr euch das gedownloadet ähm ich kann das glaube ich kann ich das mal schnell zeigen so download ist gedownloadet und jetzt kommt eigentlich der einfache Part ihr müsst es jetzt eigentlich nicht auf dem Desktop ihr müsst ihr eigentlich nicht ähm ihr habt es dann auf dem Desktop dann führt ihr es aus und dann müsst ihr einfach Instagram machen dann installiert ihr alles automatisch und dann müsst ihr hier nur noch dann ist hier auch so ein kleiner Tropfen für Rain Meter da klickt ihr dann einfach drauf oh ich hab's schon offen ähm ja genau da klickt ihr dann drauf und dann müsste hier stehen Monsuit da könnt ihr dann hier die Glock einstellen die könnt ihr dann zum Beispiel löschen oder hin machen einfach mit Doppelklick genau das wäre mit dem Launcher mit dem Slidebau mit den anderen Sachen ihr könnt dann auch hier drauf gehen und dann durch klickbar da kann man das auch verschieben so weiss nur nicht wie ich es hatte das gute ist ihr könnt ihr dann einfach hier wieder laden so wie es war genau und dann ist wieder alles so wunderschön gespeichert und wunderschön geordnet ihr könnt auch noch die einzelnen Pfade angeben von diesen Teilen hier dass ihr auch immer zu dem kommt was ihr wollt und ja die Desktop Leiste finde ich übrigens jetzt auch sehr schön geworden ich meine ganzen Aufnahmenprogramme und Schnittprogramme die ich jetzt auch gleich benutzen werde ja ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr wisst wie euren Desktop ein bisschen schöner macht bzw. ein bisschen interessanter einzigste Nachteil den es gibt dass das Ding hat einfach ein bisschen Arbeitsspeicher und ein bisschen die CPU auslastet was aber nicht wirklich schlimm ist finde ich und ja ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal Killa aber